Hallo, na ihr? Ich melde mich heute mal etwas, etwas persönlicher bei euch, ähm, heute, heute, heute gibt es uns, äh, leider, um Himmels willen, ähm, kein anderes Video, also das wird jetzt hier, das, ähm, um Himmels willen, ähm, dieses Infovideo, das, das, schiebe ich jetzt, ja, dazwischen und es wird auch kein Ersatz geben, ähm, folgendes, ey, komm, ich hab was im Auge, äh, ähm, wenn ich übrigens heute nicht die, naja, allergemachtesten Haare habe, ähm, ich bin in der Übergangsphase und es ist, es ist, es ist furchtbar und alles andere ist auch furchtbar. Ähm, ich komme, darum soll es heute in diesem Video gehen, da war ein Haar, ähm, ich komme zu nichts, es ist eine Katastrophe, ich, ähm, Ich habe noch nie, oh Gott, ich habe noch nie, ähm, so wenig für YouTube gemacht, wie aktuell. Weil, die Videos kommen, aber auch, ja, wie soll ich sagen, auch mehr erzwungen, ähm, es macht mir momentan so wenig Spaß wie noch nie. Und, ich bin so dermaßen unmotiviert, ähm, ich, ich bin mir da, also, bevor ihr da jetzt mit euren, mit euren, äh, ich weiß nicht, Anschuldigungen, äh, Vorurteilen, Ängsten und Sorgen kommt, So nach dem Motto, ey Lukas, wenn, wenn das zu viel für dich ist, dann nach sechs Jahren durchziehen, ist eine Pause dann auch mal legitim, darum geht's gar nicht. Ähm, ich, diese Pause, das ist es ja, die will ich nicht. Sonst würde ich ja nicht versuchen, meinen, meinen inneren Schweinehund, meinen Monk, ne, was so, was so Faulheit angeht, zu bekämpfen. Ähm, schreibt mir denn jetzt per WhatsApp, Chrissy wahrscheinlich. Ähm, ja, ähm, ich, ich will das nicht aufgeben, auf, auf, auf gar keinen Fall, auf, auf gar keinen Fall. Äh, ich mag faul sein, ich mag momentan auch etwas unmotiviert sein, vielleicht auch mehr als sonst, aber, ähm, das hat Gründe. Ähm, ganz kurz, um, äh, euch wissenstechnisch abzuholen, ähm, es hat sich ein bisschen was im Equip geändert. Denkt man sich, ja, ist doch geil, ist doch, ist doch top, ist doch super, ähm, müsstest du dann nicht noch besser und einfacher Content erstellen, kreieren können? Ähm, ja, grundsätzlich läuft das so, wenn man sich neue Technik holt. Problem ist, ähm, die Technik läuft nicht so, wie ich's mir erhofft habe. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich wurde da verarscht, weil ich's stand jetzt immer noch nicht weiß. Und ich bin mir auch nicht im Klaren, ob ich da jemals Informationen bekomme. Das ist, das ist ne Sache zwischen mir und dieser, dieser Person. Ähm, und ich glaube auch, egal was passiert, ich, ich würde diese Person dafür nicht haten. Also, selbst wenn das heißt, ja, hier, diese, diese PC-Komponenten, die hab ich dir empfohlen, ne, alles schön und gut, ähm, hab mich vertan, hab mich verschätzt, hab mich, keine Ahnung. Ähm, so, also, wenn's, wenn's als, äh, this was a mistake abgestempelt wird, ähm, abgestempelt wird, ähm, dann würde ich mir denken, ja, okay, toll, das ist schade, aber was kann man machen? Ich, ich bin dann, in, in der Situation, in anderen wär ich bestimmt nachtragend, aber in dem Fall wär ich's nicht, weil ich mir denke, es muss ja irgendwie weitergehen. Ich hab Zuschauer, ich, ich, ich liebe meine Zuschauer, ähm, ähm, ich will für die Content kreieren, ich will, ne, ich will da sein, ich will, ich will die Leute bespaßen, ich, das will ich, das ist, das ist, das ist immer noch, für mich ist das so ein bisschen der Sinn des Lebens. Mein, mein Sinn des Lebens. Viele finden den, weiß ich nicht, mit 40, 60, immer noch nicht, keine Ahnung, auch wenn 60 schon traurig ist, muss ich gestehen, ähm, aber nee, darum, darum geht's nicht, ähm, und auch wenn ihr jetzt sagen wollen würdet, ja, nee, ist doch nur ein Hobby, das kann doch gar nicht dein Sinn des Lebens sein. Ich mach es gerne, in gewisser Maßen brenn ich da auch für, ich interessier mich für Technik, es ist eigentlich harmoniertes Super, also, wenn man, wenn man für etwas brennt, und, ich sag mal so, davon auch noch einen Mehrwert hat, und das Allergeilste, nicht nur einen persönlichen Mehrwert, sondern auch noch für andere, dann tut's mir leid, aber dann, 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 also, als meine größte Leidenschaft seh ich's sowieso schon an, aber, okay, Sinn des Lebens ist vielleicht ein bisschen, ne, weiß ich nicht, aber ich, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, ähm, bei mir hat sich technisch ein bisschen was, also, der Rechner, ne, neue Komponenten, eigentlich, eigentlich für euch, äh, Let's Play Hasen, ähm, ich sag mal relativ uninteressant, aber es gehört dazu, es ist wie die Steuererklärung, die ich statt jetzt noch nie machen muss, ähm, die gehört halt dazu, es interessiert keinen, obwohl andererseits, es, es würde schon welche geben, die es interessiert, und, äh, so für, so für PC-Komponenten, PC-Technik, dann, doch, das interessiert mich, also, es gibt Spannenderes auf der Welt, definitiv, aber, ähm, ja, ist okay, ähm, ansonsten, eigentlich, eigentlich sind das alles Ausreden, die ich euch jetzt erzähle, aber, aber es ist halt so, es ist passiert, ähm, beziehungsweise, ne, es hat mir halt die Zeit geraubt, ähm, ich war in den letzten, in den letzten drei Wochen, heute ist Mittwoch, doch in den letzten drei Wochen, ähm, so unproduktiv für YouTube, wie noch nie, ähm, ich hab immer geguckt, dass die Videos kommen, dass ich das noch aufgenommen kriege, äh, äh, GeForce war quasi, nen, nen Live-Let's, also nicht Live-Let's-Play, im Sinne von Stream, sondern, ich hab die Folgen entweder noch am Abend, zuvor, oder am selben Tag aufgenommen, und, äh, da ich zu dem Zeitpunkt, noch, keine neue Grafikkarte hatte, okay, imagine, ähm, ja, das glaubt ihr mir jetzt nicht, und ihr denkt euch wahrscheinlich, was hab ich für ne Scheiße gekauft, aber, ich hab ne neue Grafikkarte, ähm, und zwar die, die, die RTX 3060, und vorher, ich dachte ja immer, ich hätte die GTX 1080, aber nein, ich hatte die 1070, all die Jahre, ähm, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so, müssen wir so hinnehmen, es ändert ja auch nix, ähm, ich kann mit dieser neuen Grafikkarte, weder schneller rendern, noch besser schneiden, es ist, also, ich weiß nicht, was mit dieser Grafikkarte falsch ist, ich kann's, also, da steck ich nicht drin, aber irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas stimmt da nicht, also, ich will gar nicht sagen, so nach dem Motto, ähm, ich wurde verarscht, oder, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, ich, ich kann's noch nicht ganz, ganz deuten, und ganz greifen, ähm, ich habe übrigens einen neuen RAM, über den bin ich sehr happy, weil ich jetzt nicht mehr 16 GB Arbeitsspeicher hab, sondern 64, und, äh, alle fragten mich, oh, Lukas, was willst du denn mit 64 GB Arbeitsspeicher, das braucht doch keine Sau, also, weil's, weil's zu over ist, nicht, weil, das braucht doch keine Sau mehr, das ist alt, sondern das ist, das ist over, wo ich mir denke, hallo, also, zum einen, lasst mich doch bitte alle, ich wollte das so, äh, und mein alter RAM, der war halt immer ausgelastet, auch wenn's 16 GB Arbeitsspeicher waren, und das eigentlich Standard ist, aber, weiß ich nicht, der war immer ausgelastet, das, das ging mir auf den Sack, das, das war doof, ich, ich kann jetzt schneller browsen, und das, ja, das, das ist schön, ob's das Geld wert war, weiß ich nicht, aber, ich hatte was zurückgelegt, und ganz bewusst auch für PC-Komponenten, also, dachte ich mir, let's go, ähm, ja, ähm, ansonsten, ähm, ich wollte nur irgendwas sagen, jetzt hab ich's vergessen, ähm, ja, es gibt einen neuen Schreibtisch, ich weiß nicht, ob man's sieht, ich hab nicht die Kamera einfach nur nach unten geschoben, aber, aber, so, so, ja, nee, so ein bisschen am Rand sieht's man, ähm, ich würd ja sagen, ich blende euch hier ein Bild ein, aber ich rendere dieses Video nicht, ähm, damit ich's gleich direkt hochladen kann, was auch relativ zügig passieren muss, denn, äh, ja, für, für gleich ist ein Stream geplant, was jetzt, in ein, zwei Monaten auch schon wieder nicht relevant ist, ähm, also, wenn man dieses Video hier sehen sollte, ähm, 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 ja, ein paar Minuten hab ich noch, äh, ich muss halt gucken, dass das Video fertig hochgeladen ist, wenn, ähm, ich den Stream starten will, ansonsten, körperlich geht's mir gut, ja, das mal so aus dem Off, ähm, pff, ich hätt mich vielleicht aufschreiben sollen, was ich, was ich sagen wollen, tun würde, ach so, die Diablo 4 Beta, die ist hier mit offiziell Geschichte, die, die läuft hier auch gar nicht mehr, ähm, dazu jetzt noch ne kleine Story, ähm, ich hatte das Spiel in der, in der Vorab-Beta, in der Vorbesteller-Beta, die es gab, und ich hatte es vorbestellt, oder hab's immer noch vorbestellt, hat sich nichts dran geändert, ähm, bereits getestet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ne alte, also die alte Grafikkarte, die GTX 1070 und den alten RAM. Ähm, neu war, das hab ich euch auch noch nicht erzählt, ähm, ich hab ein neues Gehäuse und, 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 ein Kumpel von mir, der, der das einfach for free gemacht hat und dem ich da unglaublich dankbar für bin und ich war, ich war stolz, wie, wie 100 Mann, das ist, boah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der hat mir das Gehäuse, was ich vor einem halben Jahr bestellt hatte und jetzt ewig im Keller rumlag, weil ich davon keine Ahnung habe, mitsamt neuem Lüfter und das neue Netzteil eingebaut. Der hat mir diesen Rechner so schön fertig gemacht, alles festgeschraubt, was man hätte festschrauben können. Die Kabelmanagement, ein, ein, ein Traum von einem Kabelmanagement in einem Rechner. Ich habe noch nie so einen schönen Rechner besessen und ich glaube, egal was kommt, selbst wenn ich sage, ich bestelle mir für 5000 Euro einen neuen und der kommt hier fertig an und hat RGB und alles. Ich wäre nicht so stolz darauf, wie auf mein, auf mein kleines Baby, auf mein kleines Produkt, welcher von meinem Kumpel zusammengebaut wurde, weil es war einfach auch eine Entlastung. Es, oh, ich habe den alten Rechner mit diesem riesen Tower, mit diesem riesen Big Tower aufgemacht. Es war alles verstaubt, überall Kabel, es waren keine Festplatten festgeschritten, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Horror. Einfach, ein absoluter Horror. Mein Kollege machte diesen Rechner auf und sagte, wer oder was ist da passiert? Ich so, keine Ahnung, ich, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe das nicht gemacht, ich habe den so bekommen, ich war stolz, den zu haben, weil er mehr Power hatte. war halt der Wechsel vom Laptop zum Rechner, das kannst du, das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen, das ist, überleg mal. Ähm, ja. Und auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ich hatte Diablo 4 Beta getestet mit der alten Grafikkarte, da hatte ich gerade mal so 40 FPS. Da dachte ich mir, gut, du hast dir eine neue bestellt. ähm, es hieß 4K Gaming und 4K, wie nennt man das denn? Aufnehmen, R-Record, geht fit. Dann baue ich die ein, oder, ja, baue die mit jemand anderem zusammen ein, und, ähm, dann teste ich das und sehe so, hm, gerade mal so, 60 FPS. Dachte ich, gut, die Grafikkarte hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Gucke ich so in den Einstellungen, mhm, 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 mhm. Äh, und dann finde ich was von wegen DLSS. Das ist so eine Nvidia RTX-Funktion, ähm, wo ich sagen kann, ähm, dass die Auflösung eigentlich minimiert wird, aber durch künstliche Intelligenz wieder hochskaliert wird. Und das ist aber performance-technisch, beziehungsweise da hast du verschiedene Einstellmöglichkeiten, ob Ultra-Leistung, Ultra-Qualität, Normal, etc. Ähm, bin ich auf Ultra-Leistung gegangen, hatte ich mal eben so 100 FPS, dann dachte ich, jetzt stellst du noch mal eben zurück, da muss es doch einen Qualitätsunterschied geben. Das ist ja, wenn du mal eben 40 FPS mehr hast, also mehr Leistung, da müsste man das ja auch auf dem Bildschirm sehen, ne, irgendwas Verpixeltes, irgendein Qualitätsverlust, irgendwas, nö, war nicht, keine Ahnung. Ich bin eine absolute Grafikhure, aber ich konnte da nichts feststellen. Dann nehme ich das auf, mhm, 90 FPS, let's go, Alter, erstmal die Beta gespielt. Ich spiele und spiele und spiele und spiele, alles läuft, alles läuft, so ist ja auch die erste Folge entstanden. Ähm, und irgendwann, äh, irgendwann, so in der Mitte der, der zweiten Folge, deswegen kommt die auch nicht, äh, deswegen muss die erste noch umbinden, ähm, fing es dann an zu ruckeln. Nicht bei mir im Spiel, sondern in der Vorschau. Und dann sagte OBS mir auch, ne, erwähnen Sie Ihre Videoeinstellungen. Dachte ich, nach 40 Minuten Aufnahme kommst du mir da jetzt mit an? Nach 40? Ich dachte so, also zum einen, das erste, was ich mir dachte, ist, willst du mich jetzt verarschen? Weil, da kannst du nicht viel machen. Ich hab übrigens probiert, die Videoeinstellungen zu, äh, zu reduzieren. Also, in der Aufnahme. Das hat einen Scheiß gebracht. Das hat einen Scheiß gebracht. Ohne Mist, da war ich, also, das hab ich auch noch nicht erlebt. Ähm, ja. Und Stand der Dinge ist jetzt, dass, ähm, ich mir was Neues musste einfallen lassen. Hätte einfallen lassen. Nee, nicht hätte. Hätte, hätte Fahrrad. Ähm, ja. Und, ähm, ich selber persönlich bin mir fast sicher, wie es weitergeht, aber hier, ne, Gostak-Wanta. Gut. Ähm, Leute, die Zeit ist um. Ich würde euch gerne noch ein bisschen mehr bequatschen. Ähm, aber für alle, die das Video jetzt gleich sofort sehen, ähm, der Stream ist schon seit 12 Uhr live. Ähm, jetzt, jetzt hab ich, jetzt hab ich den Teufel an der Wand gemalt, ne. Ähm, ja, weil das Video kommt ja erst um 15 Uhr. Ähm, ja. Gut. Ähm, das, das, das war's jetzt erstmal von mir. Ähm, Ansonsten, wenn, wenn's euch an Informationen mangelt, ne, im Discord, da seid ihr informiert. Da hab ich, da hab ich zum Beispiel, da hab ich zum Beispiel, ähm, Bilder gepostet von dem neuen Schreibtisch, und, ähm, ja. Falls ihr da, falls ihr irgendwelche Informationen haben wollt, ähm, was aktuell so los ist, was sich momentan technisch ändert, irgendwas, irgendwas. Fragt mich, ich schick auch gerne Fotos, ähm, sofern es angebracht, angemessen und interessant ist, ähm, ja, und ansonsten, Lukas, hier ist deine Erinnerung. Wenn du jetzt aufstehst, dann hast du noch die Möglichkeit, um 12 Uhr zu streamen. Aber dann musst du jetzt aufstehen. Ihr habt's gehört. Die Alte ruft. Erinnerung. Vielen Dank.